Hallo liebe Freunde und Willkommen zurück zu Crisis Core, weiterhin mit Storypart, nachdem wir in der letzten Folge ein kleines bisschen unsere Materie aneinander gerieben haben und dadurch ein paar neue Wunder erzeugt haben, geht es nun also hoch in die Chefetage. Wir haben genug langweiligen Kram gehabt, jetzt heißen wir wieder auf Mission gehen, liebe Freunde, also nicht Mission in dem Sinne wie, ja, langweilige Mission, sondern Story Mission. Büro des Soldatleiters. Vielleicht können wir ja mit Sephiroth zusammen irgendwo hin, wenn da immer nur rumhängt. Die Firma hat entschieden, Genesys und seine Kohorte zu eliminieren. Das hat auch Angeal. Und du willst mir das tun? Nein, die Shinra-Armee wird das tun. Was für mich? Sie glauben nicht, dass deine Emotionen auszudrücken können, deine Juden. Well, natürlich! Das ist das, warum ich auch gehe. Um sie zu töten? Oh, da gibt es ja schon direkt ein bisschen Anstrengung. So, hier, was hat sich die Sephiroth denn angeguckt, hier, für schöne Bilderbücher? Ähm, ja, und sonst so? Ja, okay, gut, ich kann nichts anderes sagen. Äh, ich, ich habe immer das Gefühl, hier sind vielleicht auch welche Geheimnisse oder sonst irgendwas. Äh, ganz ehrlich, speichern brauchen wir gar nicht. Ich, äh, mach's mal kurz. Soll ich zum Foyer runterfahren? Ja, was haben wir sonst für Möglichkeiten? Wahrscheinlich der Speicherpunkt einfach hier, dass man im Zweifel zwar noch ein bisschen leveln könnte. Über Missionen. Was soll ich tun? Stell dir diese Etage überprüfen. Ähm, ja, stell dir das Foyer. Obwohl, warte. Wir machen das nochmal. Ich will die Etage überprüfen. Why are Shinra weapons attacking the Shinra building? Is this Genesis is doing? Wahrscheinlich. Irgendwie wird da wohl mit drin hängen. Activating Combat Mode. Ja, alles gut. Äh. Ich möchte ganz gern einfach das Spiel verlassen. Okay, warte. Wir müssen mal eben kurz ein bisschen prügeln. Das dauert nicht allzu lange. So. Oh, nicht schon wieder rein, Mann. Nein. Der ist ja alles schön und gut, aber... Okay, ich kann's noch nicht. Okay, wir machen was anderes, Freunde. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will nur nicht die ganze Zeit jetzt mit euch das Gedönsel da spielen. Sag ich jetzt einfach mal. Dann müssen wir es am Ende alles immer wieder von Neuem machen, wisst ihr? Da ist so der Part, der mich grad so ein bisschen stört. Gut, wir kommen noch relativ schnell wieder rein. Entschuldigung, dass wir das auf diese Art und Weise, ähm... beenden mussten. Aber hey, wir sind ja jetzt schon wieder im Spiel, ja. Ach guck mal, hier fangen wir wieder an. Alles klar. So, und dann jetzt diese Etage mal prüfen. Oh. Elektronäpfchen, oder wie sie hießen. Rotnäpfchen. Ich finde grundsätzlich, dass die Vocals ein bisschen leise sind, die Konversation im Verhältnis zu Musik, aber... Naja. Wer bist du eigentlich, dass du mir Befehle erteilst? Ja, das, äh... Das machen wir sofort. Aber hier noch mal eben kurz ein bisschen aufräumen. Schauen wir nochmal nach. Warum sind die eigentlich da drin? Au. Ah, wenn dann doch ein Treff hab ich nochmal bekommen. Ganz ehrlich, das sieht jetzt nicht aus wie jemand, der Wartungsarbeiten durchführt. Ja, komm, äh, hier. Haut aber ab, ne? 5.000 GIL? Was ist das bitte für ein Wartungsmonter, dass der bei ihm 5.000 GIL springen lässt? Wow. Krass. Oh, hier ist niemand drin, ganz auf dem Stief fest. Ist das denn Kanzel? Okay, nur ein Rangrei-Soldat. Hast du dich etwa von so einem paar Wachtdrohnen fertig machen lassen? Was bist du denn bitte für ein Soldat? Oh, ja! Danke. Ich war nah. Hat das Mech dich verletzt? Warum stehen wir eigentlich immer so breitbeinig? Ja. Pathetisch, oder? Ein Soldat ist immer mit dem Ding investiert. Allerdings. Hey, sogar Soldatinnen haben ihre schlechten Tage. Well, das ist eigentlich einer meiner schlechten Tage. Ich bin wirklich nicht so gut an Kampf. Warum bist du da überhaupt zum Soldat gekommen? Du bist ein Soldat. Suck es ab. Wenn du etwas falsch bist, trainier dich stärker. Ich bin sorry. Ich werde jetzt gehen. Für dich. Ein Äther. Ja, der ist nicht so gut betucht, was? Zack, wo bist du? Oh, Direktor. Ich bin auf dem Soldat. Geh zu der Entrance ASAP. Wir wurden massiv kompromisiert. Massiviert? Alles klar, ich bin auf. Gut, Glückwunsch. Der war aber noch relativ freundlich dafür, dass wir seinen Befehl so nicht ausgeführt haben, in dem Sinne. Ja, sind wir hier fertig, ne? Dann, äh, sofort ins Foyer. Ich glaube, wir sind hier eh fertig. Sieht auch nicht anders aus, was das vorher. Warum sind die Shinra-Weapons die Shinra-Bildung der Shinra-Bildung? Ist das, was Genesis ist doing? So, er weg. So. Das ist ja Auslöcher, das sind ja Peanuts. So, da waren wir auch schon. Was können die eigentlich? Ich weiß auch nicht, wenn ich hier den mache. Wo ist das denn neu gekommen? So, schmeiß doch mal schneller Gegner rein, wa? Oh, war dunkle Feuer, okay. Okay. So. Auslöcher, oh ja. Nice. Zephyroth. The intruders are Genesis copies. There is no doubt. This is Hollander's doing. Who is that? Shinra-Scientist hat die Kopitech. Then vanished. Are you saying that this Hollander and Genesis are working together? Immer diese Holländer. Do you know what they're planning? Hollander sought to head the science department? Then lost. He's born a grudge against Shinra ever since. He wants revenge. So petty. And Genesis is supporting the stupid cause? I don't want to believe it. Well, then don't. Agreed. Now, Zach. Kopies have been cited in Sector 8 as well. Let's go. Oh, zusammen mit Zephyroth. Ja, ich sag ja immer diese Holländer, ne? Ja, ja. This is bad. We should split up. Good call. Ob Zephyroth sie jemals rennt? Hold on. I'm a coming. Oh. Na, ihr beiden? Euch kennen wir doch. Euch drei kennen wir doch. You've got to be kidding me. Sung, do something. There's no need for concern. Huh? Okay. The other areas. Make cars just crawling with nasties. Soldiers having difficulties. Reno. Rude. Just say the word. Go. Yes, sir. Ha. Reno and Rude. Bye. So now we're outsourcing to the Turks. Soldiers being stingy. There's a manpower shortage. Duck. Alla, sie kennen wir nicht. I'm Susnake. Das ist ganz süß. Pleasure to meet you. Zack. Aren't you on assignment? Same objective. Need some help here? I appreciate the offer, but... Oh, how generous. Well, Sung, Zack, I gotta go. Ja, die ist ganz sympathisch. Die mag ich. Sisney wurde der DBW-Matrix hinzugefügt. Neue Element raus freigeschaltet. Glücksterne. Hat mich gerade mit dem Wurfstern so ein bisschen an Jufi erinnert. Vielleicht ist sie ja auch ein Ninja-Girl. Ninja-Gurl. Intensive Emotionen haben die DBW verstärkt. Es ging aber sehr schnell, dass wir intensive Emotionen verspült haben. Besiege die Monster auf der Loveless Allee. We're looking for a man named Hollander. If you find him, detain him. Suchen nach jemanden, der Holländer ist. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldige mich auch bei allen Holländer dafür. Ja, du, Dinge passieren. Äh, ich würde mich aber erst noch umsehen. Kann ich ja nicht mal auf die Karte gucken. Äh, da sind zwei Nebenquests. Activating Combat Mode. Uh. Hey, weiter. Dunkelfeurer ist jetzt mächtiger. Ja, nice. Ich will nämlich nochmal oben beim Bahnsteig gucken, wenn ich da hinkomme. Vielleicht haben wir da ja auch noch was Besonderes. Achso. Naja, gut, die Sache, wenn ich da hinkomme. Ruhig ganz offensichtlich nicht. Also von daher bleiben wir ja nicht so viele Alternativen, ne? Weißt du, wir speichern mal hier nichts, würde ich sagen. Sicher ist sicher. Wir haben, kann ich hier hoch oder sagt er dann auch wieder? Ja. Ihr seid aber auch alle sehr bürokratisch hier. Der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig. Wo ist er hin? Warum gibt es einen Kampf, weil er sich verdröselt? So. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Dann schauen wir nochmal. Also, ah, was haben wir denn hier? Du vergreifst dich also an kleinen Kindern, ja? Nice. Ach, das Mädchen ist ja auch wie ein Junge. Ach, gut, dann kannst du dich ganz so gerne behalten. Ein Amulett. Kleine Mädchen gibt uns ein Amulett. Wahrscheinlich selbst gebastelt. Ist aber süß. Aber wir müssen erst noch mal den beiden hier helfen. Wir sind ja ein netten Kerl. Oh, yeah! Du bist zwar mein Job, den auszuschalten, aber hey. Oh, geil, ich kriege deine Ohrringe, die du schon benutzt hast. Was bringt ihr eigentlich? Helden der Not, der Ohrenschaft freigeschaltet. Juhu! Ähm. Oh, da unten steht gerade Emotionen. Hm, wäre mal eine Emotionen. Äh, warte mal, wir wollten Ausrüstung gucken gerade. Oh, Ringe. Weil ich glaube, die hatten wir nämlich noch nicht. Ja. Oh, doch, hatten wir schon mal. Aber die Plus 5. Das ist die Ohrenschaft mir ja wichtiger als alles andere. Oh, das ist die Ohrenschaft. Oh, das kann ich auch. Nimm das hier. MP frei. Du kannst ja gar nichts. Was hat das mit diesem Einflügel immer auf sich? Wie ich weiß. Was hat das mit dem Einflügel immer auf sich verstanden? Wenn ich ein Junge war, ich wollte immer einen Schluch. Du kennst, wie ein Engel. Wenn die Leute hatte Wings, dann wären sie Monsters. Wings symbolisieren Freiheit für diejenigen, die nichts haben. Sie nicht symbolisieren Monsters. Impressiv, Soldaten in der ersten Klasse. Du hast skill. Well, unlike the Turks, fighting is our main thing. Here, a little gift for helping me out. Mailadresse von Agentenbedarf erhalten, neuer Laden verfügbar. Das ist eine sehr merkwürdige Art, sich dankbar zu zeigen, aber ich nimm's trotzdem ganz gerne. Alright then, I'm off to the next job. You've got something too, right? Yeah, I do. Until we meet again. Tschüss. Proppt halt die Musik auf. One Sector 8 is clear. Come to Mako Reactor 5. Did you find something out? And Geo has been cited. So it search and destroy? The army is mobilizing, but there's still time. You and I will find them before they do. And what? Fail. To eliminate them. For real? Yes. For real. Awesome! We're gonna fail. Ja, geil! Auf zum Versagen! Oh, da sind Sahagins. Aber warum sind da überhaupt so viele Monster drin? Wie sind die überhaupt reingekommen? Triff dich mit Sephiroth. Ja, okay. Entschuldigung. Ich will mal eben kurz gucken. Äh, einkaufen. Ah, Agentenbedarf. Shops habe ich alle hier auf meinem Handy. Kein Problem. Sternanhänger. Weißer Umhang. Ich bin jetzt verstummen. Benommen. Analyse. Okay, wir können Analyse kaufen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht zum Kombinieren, sag ich mal, ne? Gut, aber ansonsten... Wir können noch einen Vita kaufen. Das ist auch okay. Shinra Kiosk. Das ist geil eigentlich. Na gut. So, einmal kurz Safety first. Und dann haut Rofi nix. Activating Combat Mode. Zahagin. Zahagin. Oh, ja. Schon ein Kopfschmuck. Ist das Anjils Face? Anjils... Zahagi? Zahagi. 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 Genesis The world needs a new hero Come and try so smug, but for how long? Boom 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 Break Boom Bang 크루 Ich betreibe, glaube ich, ein bisschen, ne? Aber die sind, glaube ich, ein bisschen mit Flow, aber ist schon okay. Tschüss. 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 Tschüss.